Der Multiplayer-Modus von Driver San Francisco bietet für jeden etwas. Ob du mit Freunden als Team die Straßen unsicher machst oder ihnen nur deine Rücklichter zeigst, wenn du über die Ziellinie driftest, die Multiplayer-Modi sind rasant und spaßig. Rasen und Drängeln sind kein Muss, werden aber dringend empfohlen. Es ist ganz einfach, in die Action reinzukommen und drin zu bleiben. Mit höheren Rängen kommen neue Fähigkeiten, Waffen und Autos hinzu. Die entscheidende Kraft aber heißt Shift. Sie sorgt für den Ausgleich, sie ist ein Joker und Trumpf. Du und deine Gegner können damit quasi jederzeit überall in der Golden Gate-Stadt sein. Selbst wenn du dein Auto shortest, es ist nie zu spät, um wieder nach vorne zu kommen. Mit Shift können sich selbst gewagteste Strategien in letzter Sekunde auszahlen. Wie im Einzelspieler-Modus kannst du durch schnelles Shiften die Autos wechseln und wieder nach vorne kommen. Aber es gibt auch Multiplayer-spezifische Shift-Tricks. Mit Tauschen kannst du in jedes Auto aus deinem Arsenal springen. Aber Shift ist nicht nur eine defensive Fahrhilfe, sondern auch eine richtige Waffe. Mit dem Impulsangriff kannst du anderen Autos einen Stoß verpassen und sie ins Schleudern bringen. Der Weg bis Level 40 ist weit, aber mit jedem Aufstieg drehst du ein bisschen mehr auf. Je weiter du im Online-Spiel kommst, desto mehr Autos stehen zur Auswahl. Schnellere, stärkere, was immer gerade am besten passt. Es gibt jede Menge Online-Modi, miteinander und gegeneinander. Beim Spurleger musst du direkt hinter dem führenden Wagen bleiben, während er durch die Straßen jagt. In Shift-Rennen kannst du dir mit Shift neue Autos schnappen. Oder du fährst ganz altmodische, klassische Rennen, in denen Shiften nicht erlaubt ist. Außerdem gibt es zahlreiche lokale Varianten. Es gibt acht verschiedene Split-Screen-Modi für zwei Spieler. Fahrt gegeneinander oder verteidigt gemeinsam euer Gebiet im Modus Blitz. Überholt oder rammt alle Gegner, die euch zu nahe kommen. Oder kämpft gemeinsam gegen die Uhr, um Autos zurückzuholen. Aber zerkratzt sie nicht. Ob miteinander oder gegeneinander, in jedem Modus gibt es während der Mitspielersuche kurze Qualifikationsrennen. Bei diesen Drift-Crash- oder Sprung-Herausforderungen kannst du dir Vorteile für das kommende Spiel sichern. Zum Beispiel von Anfang an Shift oder Nitro. Oder einfach die Pole Position in der Startaufstellung. Und dann geht das Rennen los. Oder fangen oder Fahne erobern. In über einem Dutzend Multiplayer-Modi gibt es immer wieder neue chaotische Herausforderungen, die dich ans Lenkrad fresseln. Und im Web geht der Wettbewerb weiter. Geh zum Driver Club Hub, wo du deinen Fortschritt in der Story sehen, Punktzahlen vergleichen und exklusive Erfolge und Trophäen freischalten kannst. Teile deine Leistungen mit Freunden auf Facebook oder Twitter. Oder noch besser, zeig es ihnen mit deinen eigenen Clips. Außerdem kannst du alle möglichen Wiederholungen aus der Community ansehen und bewerten. Und für alle Autonahren und Angeber gibt es massenweise Statistiken und Bestenlisten. Driver San Francisco ist ein leicht zu erlernter und schwer zu meisternder Spaß mit großem Suchtfaktor, der dich die Skills eines Meisterfahrers in San Francisco erleben lässt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017